also ich finde hier ein bisschen cooler leider keine kohle da ach so eine wrench wollte ich mir eigentlich mal mitnehmen naja auch wieder vergessen vielleicht finde ich hier jetzt mal eine oh ein Schwein aber irgendwo ist hier eine da hinten ist einer den sehe ich brauchen das ist das Wasserwerk hier ok der hat mich gesehen ich habe ihn nicht gesehen ach da brennen wir gleich mal heilen in der Nacht sollte man nicht nur mit halber Gesundheit durch die Hände laufen ach man sieht doch gar nichts das war eine gute idee war hab ja langsam so mehr Zweifel so ganz ganz langsam eine Batterie das ist schön könnte ich mir wahrscheinlich diesen Strahler mal bauen was ist das hier auch noch ein Wasserwerk ne irgendwie ist hier einer ganz dicht bei mir hinter mir schock da hinten ist ein Reh aber irgendeiner knuspert hier wieder das ist so laut ist so laut irgendwo ist hier einer irgendwo ist hier einer der Essenslager der Essenslager ist ja nett dass hier offen ist ist ja nett dass hier offen ist wenn ich wenigstens meine Helmlampe mitnehmen soll so ein Scheiß wo ist der wo ist der hm na gut um Essen muss ich mich jetzt nicht kümmern guck ich mal lieber weiter dass ich hier was vernünftiges finde und wo das brauche ich noch nicht wenn ich noch mal was sehen würde so 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 Meine Jacke anziehen. Oh, endlich mal das Pistolbuch. Da ist einer. Lange genug gehört, habe ich ihn ja schon. Aber es ist noch ein. Jetzt noch eine Horde, das wäre was schönes. Daneben, scheiße. Und gleich mein ganzes Tablettenvorrat weg. Ein Führer. Hm. Keine besonderen Häuser hier hinten. Super. So. So. Ist die Nacht ja auch schon gleich wieder vorbei. Geil. Braucht keine Steinachse mehr. So. 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 nicht mal ein buch drin warum geht denn die tasche nicht mehr ach jetzt geht es ja okay ach ja naja immerhin ein bisschen was abgestürzt an der nacht ja nun nicht viel los wo wollte ich hin da so dann tun sie ja nicht mehr noch was auslöscht